Ich zeige euch heute ein schönes Karzelle Tandem. Die Karzelle ist in Deutschland der Rolls Royce unter den Holland Drädern und das kommt daher, dass sie sehr leicht laufen. Die Karz hat eine Fluggangsschaltung mit dem Zug nur auf einer Seite. Es gibt auch welche, die haben zwei Züge, die sind sehr empfehlenswert. Es hat Trommelbremsen vorne und hinten, die über original Garzelle Griffe bedient werden. Es hat keinen Nabendynamo, sondern einen Seitenläufer-Dynamo. Das läuft, wenn das Licht nicht eingeschaltet ist, immer noch leichter. Und das ist ein extrem hochwertiger Seitenläufer-Dynamo. Das Licht funktioniert, alles ist durchgecheckt. Hier ist noch das schöne alte Garzelle-Zeichen zu sehen. Reifen sind gut, Marathon. In der Werkstatt ist alles überprüft. Sattel, beide Sättel und Handgriffe sind neu. Der Tachometer mit Uhrzeit und Tageskilometern hat eine neue Batterie bekommen und funktioniert wieder richtig. So geil, die Klingel ist noch original von Garzelle. Das Fahrrad hat die meiste Zeit bei meinem Lateinlehrer in der Garage gestanden und ist deshalb in einem sehr schönen Zustand. Man sieht, das Hüterrad dreht sich immer noch. Es hat ein AXA Defender Schloss, an dem noch beide Schlüssel dabei sind. Also ein sehr schönes, empfehlenswertes Fahrrad. Wer Lust hat, den Sonnenschein zu nutzen und noch eine schöne Tour zu machen, kann das bei mir im Fahrradladen erwerben. Ich hätte am liebsten 1.000 Euro dafür, lass aber mit mir handeln. Oder anrufen im Fahrradladen 02309 600702 oder einfach vorbeikommen zu den Öffnungszeiten. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis dann. Tschüss. Wir sehen uns mal nicht. Tschüss, denn... ... ... ... Vielen Dank.